Hallo und herzlich Willkommen! Unser heutiges Muster ist dieses sehr, sehr schöne Strickmuster, welches ganz, ganz einfach ist. Es besteht aus einer Maschenzahl teilbar durch zwei, plus zwei Randmaschen und vier Musterreihen. So sieht die Vorderseite aus und so die Rückseite. Dieses Muster ist auch sehr, sehr gut für Strickanfänger geeignet. Ich habe 14 Maschen auf meinen Nadeln, 14, weil wir gesagt haben, teilbar durch zwei, ich habe es mal sechs genommen, das sind 12, plus zwei Randmaschen, 14. Nun ziehe ich eine Nadel raus und befinde mich auf der Rückseite meiner Arbeit und hier starte ich auch gleich mit der ersten Musterreihe. Die Randmasche hebe ich ab und jetzt einen Umschlag und zwei Maschen rechts zusammen stricken. Dafür steche ich in zwei Maschen ein und stricke beide zusammen rechts und das ist der Musterrapport der ersten Reihe. Nochmal, einen Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen stricken und wieder einen Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen stricken. Und das wiederhole ich bis zum Ende der Reihe. Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen stricken. Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen stricken. Einen Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen stricken. Und die Randmasche stricke ich links. Ich wende meine Arbeit und starte mit der zweiten Musterreihe. Die Randmasche hebe ich wieder ab, jetzt eine Masche links und nun startet der Musterrapport. Einen Umschlag, zwei Maschen links zusammen stricken. Ich habe hier einmal den Umschlag der letzten Reihe und die Masche. Diese zwei Maschen, sprich den Umschlag und die linke Masche stricke ich zusammen. Und das ist der Musterrapport der zweiten Reihe. Nochmal, Umschlag, zwei Maschen links zusammen stricken. Wir stricken den Umschlag und die linke Masche zusammen. Und das wiederholen wir bis zum Ende der Reihe. Umschlag, zwei Maschen links zusammen stricken. Umschlag, zwei Maschen links zusammen stricken. Umschlag, zwei Maschen links zusammen stricken. Und ich beende die Reihe mit einer Masche links und die Randmasche stricke ich auch links. Reihe drei. Die Randmasche hebe ich ab und nun stricken wir alle Maschen rechts. Bis zum Ende der Reihe werden alle Maschen und umschläge rechts gestrickt. Und die Randmasche stricke ich links. Reihe vier. Die Randmasche hebe ich wieder ab und nun alle Maschen links stricken. Bis zum Ende der Reihe werden alle Maschen nur links gestrickt. Und die Randmasche stricke ich auch links. Und das sind unsere vier Musterreihen. Stricken wir diese vier Reihen noch einmal zusammen. Ich starte mit der ersten Reihe. Die Randmasche hebe ich ab und jetzt einen Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen stricken. Ich steche in zwei Maschen ein und stricke beide zusammen rechts. Und wieder einen Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen stricken. 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 Umschlag, 2 Maschen rechts zusammenstricken und die Randmasche stricke ich links. Reihe 2, die Randmasche hebe ich ab und jetzt eine Masche links stricken. Und nun startet der Musterrapport. Einen Umschlag, 2 Maschen links zusammenstricken. Den Umschlag und die linke Masche stricke ich zusammen. Die ersten 2 Maschen zusammen links stricken. Und wieder einen Umschlag, 2 Maschen links zusammenstricken. Umschlag, 2 Maschen links zusammenstricken. Umschlag, 2 Maschen links zusammenstricken. Einen Umschlag, 2 Maschen links zusammenstricken. Die Reihe endet mit einer Masche links. Ich stricke den Umschlag also links und meine Randmasche stricke ich auch links. Reihe 3. In der 3. Reihe werden alle Maschen rechts gestrickt. Die Randmasche hebe ich ab und nun alle Maschen samt den Umschlägen rechts stricken. Und die Randmasche stricke ich links. Reihe 4. Die Randmasche hebe ich ab und jetzt alle Maschen links stricken. Und die Randmasche stricke ich auch links. Und das war's. Das sind die 4 Musterreihen, die wir stets wiederholen. Man kann das Muster schon sehr, sehr gut erkennen. Und wenn das Ganze dann größer wird, haben wir dann dieses ganz, ganz tolle Ergebnis. Man kann wunderschöne Pullis oder auch Jacken für den Frühling bzw. auch den Sommer damit stricken. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich wieder für eure Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich freue mich über ein Like, den Kanal abonnieren bitte nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.